Die Weiber von Winzberg Der erste Hohenstaufen, der König Konrad, lag mit Heeresmacht vor Winzberg seit manchem langem Tag. Der Wölfe war geschlagen, noch wehrte sich das Nest. Die unverzeigten Städter, die hielten es noch fest. Der Hunger kam. Der Hunger, das ist ein scharfer Dorn. Nun suchten sie die Gnade, nun fanden sie den Zorn. Ihr habt mir hier erschlagen gar manchen Degen wert. Und öffnet ihr die Tore, so trifft euch doch das Schwert. Da sind die Weiber kommen. Und muss es also sein, gewährt uns freien Abzug. Wir sind vom Blute rein. Da hat sich vor den Armen des hellten Zorn gekühlt. Da hat ein sanft Erbarmen im Herzen ihr gefühlt. Die Weiber mögen abziehen. Und jede habe frei, was sie vermag zu tragen und ihr das Liebste sei. Lass ziehen mit ihrer Bürde sie ungehindert fort. Das ist das Königsmeinung. Das ist das Königswort. Und als der frühe Morgen im Osten kaum gegraut, Da hat ein seltenes Schauspiel vom Lagermann geschaut. Es öffnet leise, leise sich das bedrängte Tor. Es schwankt ein Zug von Weibern mit schwerem Schritt hervor. Tief beugt die Last sie nieder, die auf dem Nacken ruht. Sie tragen ihre Eherren. Das ist ihr liebstes Gut. Halt an, die argen Weiber, ruft drohend mancher Wicht. Der Kanzler spricht bedeutsam. Das war der Meinung nicht. Da hat, wie er es vernommen, der fromme Herr gelacht. Und war es nicht die Meinung. Sie haben es gut gemacht. Gesprochen ist gesprochen. Das Königswort besteht und zwar von keinem Kanzler zerteutelt und zerdreht. So war das Gold der Krone wohl rein und unentweit. Die Sage schallt herüber aus halbvergessener Zeit. Im Jahr 1140, wie ich es verzeichnet fand, galt Königswort noch heilig im deutschen Vaterland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.